ich möchte jetzt gleich mal den... Ja, voll! Wer angreift kommt mit ihm... Immer eine etwas andere... Schlagzimulation... Ahm, Moment... Du- 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 Lautstärkende Soundeffekte kleiner... So... So... Gut. Dafür nehme ich nicht die ganze Zeit hier den Listing anwenden müssen. Oh, hier ist noch ein kleines Würstchen. Komm mal her. Das war's für euch. Äh, woher rauskommt? Kenner ist der Sinn eines Fernkämpfers ist es, dass er sich zurückhält. Und dann eingreift und nicht irgendwie vorrenzt. Und dann kommt. Gut. Ah ja, hier müssen wir später noch hin. Was soll ich eigentlich für ein Edelgie-Schild? Matalay anwesend. Die Jedi gelten auf vielen Planeten, als wir trauen. Too fast, äh, K. Ah, ich will Musik, gell? Wir müssen sie zuerst öffnen, denn wir werden wieder kämpfen. Eeeh. Den Blink war es. Boah, die auch rein. Kaltanate. Kaltanate. Spray. Jump. Jump. Spray. Mission! Du! Zum... Was? Wo? Wo? Ihr kriegt mich nie. Zuck mal. Kriss doch mal! Hier ist es. Oh, guck mal. Alle anderen kämpfen und treffen und ich, ich... steh hier rum und... krieg nichts auf die Reihe. Ähm... Schalkanate. Dann haben wir ja... massig. Hey, der hat Death... Wow, cool. Der hat Fletch und den anderen hier weg. Die sind davon nicht sauber. Ah! Geh dir noch. Aha. Ja. Krass und... Du kriegst... ne Betäubungsgranate, damit ich hinrennen kann. Pssst. Gerne. Passen. Boing. Du kriegst... Du kriegst... vanter Herz... crancair- oder schützt wird geklärt nicht gebrochen erklärt die ganze ja da sind mehrere Prozess waren dort hohrwann hinter wir haben uns so wie auch so wie auch so wie auch so wie auch so um so wenn ich jetzt Wer verdammt. Wow, das war knapp. Blink, 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 dreh, 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 dreh. Ja, bei dem ganzen Liedkämpfer habe ich jetzt keinen einfigen Kommentar abgegeben. Entschuldigung. Metal-A-Draw-Lieder. Tränen um dir. Das ist Privatbesitz. Mit welcher Berechtigung halten Sie sich hier auf? Es tut mir leid, ich will jetzt gehen. Verschwinden Sie? Wir dürfen sich ausschließlich Familienmitglieder aufhalten. Ja, sehr hilfreich, sehr nett, sehr aufmerksam, dieser Droide. So einen Droiden will man doch auch haben. Eigentlich ja nicht, eher so... Obwohl doch, doch. Wenn man irgendwas bewirft, ihn damit oder schießt auf ihn. Apropos schießen, der ist auch beworfen. Du willst uns hinhalten, was? Oh mein, da war doch Rihanna. Wenn du uns nicht genug Geld gegeben hast, müssen wir es dir wohl Stück für Stück aus den Rippen schneiden. Oh. Nein, bitte. Nehmt meine Frau und meine Kinder, ich flehe euch an. Haha. Frau und Kinder, hört sich gut an. Alter, dafür, dass er seine Frau opfern wollte, hat er das eigentlich schon geradezu verdient. Aber trotzdem... Die arme Sau. Armes Schwein. Moment, hat er eigentlich eine bessere... Nein, hat er nicht. Redraw. Schallgranate und dann... stirbt er. Ja, ich... Hier, ich kann die Dinge abwärmen. Oh, was? Wow, 500 XP. Das nenne ich... Niemand wagt sich mir, den Weg zu stellen. Ja, die Mandalorianer... sind eine eigene Nebenquest. Oh, Wasserkarabiner. Hier sehen wir ein Zugbike. Haben sie sonst noch etwas zu... Also, die sind... Teil einer längeren Nebenquest... Wie gesagt... Habe ich schon erwähnt, dass sie Teil einer längeren Nebenquest sind? Ja. Ach ja, sie sind Teil einer längeren Nebenquest... Gehölz. Radonx-Würfe schützen einen Charakter vor verschiedenen Angriffen. Ach... Jetzt bin ich hier... Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Das Hand-Track ist geil. Geil, du Arsch. Oh, in der Face... In der Face-Page. Ach, sie kämpfen gegen andere. Das macht das stark. Ich zeig's dir. Ich habe es nicht erledigt. Du... 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 Zum nächsten Mal.